Eine außergewöhnliche Zeichnung. Versuch, die Hütte. Aber hier ist sonst doch auch nichts mehr. Tja, was muss ich noch machen? Äh, nee. Ne, hier ist sonst nichts mehr. Haben wir hier noch was? Vielleicht haben wir hier noch was. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Ich habe keinen Grund, dort hinzugehen. Ich habe keinen Grund, dort hinzugehen. Warum ist das denn hier? Dann wird das vielleicht später nochmal wichtig. Ich habe keinen Grund, dort hinzugehen. Wofür brauche ich jetzt die Leiter? Was? Fusspuren. Mal sehen. Fusspuren. Mal sehen. Aha. Hm. Elementare Beobachtung. Das muss ich noch über. So. Gibt's hier was? Kann ich jetzt zurück in die Baker Street gehen? Ich habe nicht genügend Informationen. Vielleicht brauche ich jetzt noch ein Buch von Bartz. So, was hat die hier? Schönen Gruß, Miss Flemming. Guten Tag, Mr. Holmes. Okay. Dann nichts weiter. Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Nein, hier muss ich offenbar nicht hin. Okay. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Auf jeden Fall führen da welche hin und die führen hier auch weg. Was haben wir denn dahinter? Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Was halten Sie davon, Holmes? Wieso stehst du hier jetzt? Nein, hier ist nichts. Da. Da. Fußspuren. Mal sehen. Zweifellos Größe 40. Die Schuhe haben eine eisenbeschlagene Sohle. Die Schuhe haben eine eisenbeschlagene Sohle. Fußspuren. Mal sehen. So, die waren auch, glaube ich, hier 40, ne? Fußspuren. Mal sehen. Zweifellos Größe 40. Zweifellos Größe 40. Die Schuhe haben eine eisenbeschlagene Sohle. Ja, da sieht man den eisenbeschlag, hier sieht man die Nieten. Konnte ich die auf der anderen Seite auch messen? Ne, ich glaube, auf der anderen Seite konnte ich die nicht messen, ne? Mal testen gehen. Ich habe keinen Grund dorthin zu gehen. Warum willst du da nicht hingehen? Hm. Wie Sie wünschen, Mr. Holmes. Aber ich glaube, Sie verschwenden damit nur Ihre wertvolle Zeit. Vertrauen Sie den Instinkten eines erfahrenen Polizisten. Wie ich den Fall sehe, hat dieser Kerl eine Sauftour gemacht und taucht einen erfahrenen Reifen. Will noch mit leeren Taschen wieder auf. Haben Sie etwas gefunden, Mr. Holmes? Was halten Sie davon, Holmes? Hm. Was könnte denn noch hier sein? Also wer immer der drin war mit dem gelben, der hat offenbar auch die Fasern am Zaun hinterlassen. Am Gitter hier oben. Kann ich jetzt in den Bakers? Haben wir das schon getestet? Ich weiß es heute gar nicht mehr. Ich glaube fast, dass ich es nicht kann. Und? Ich habe nicht genügend in... Ich habe keinen Grund dorthin zu gehen. Das ist Lambert. Stummes Pferd. Das ist jetzt. Ich habe keinen Grund, der wir. Und es gibt, dass ich immer das Gefühl habe sondern es nicht mehr so gut wäre.